Ankunft in King's Row. Es geht direkt zur King's Row. Wählen Sie Ihren Helden. Wir wählen unseren Helden und ich, wie gesagt, ich spiel zuerst immer Lucio, falls mir den jemand wegpickt oder etwas anderes nötig wäre. Nehme ich auch jemand anderen, aber es sieht sehr gut aus. Ja, zur Info, mit 1.159 haben wir angefangen, jetzt haben wir knapp 400 Punkte mehr. Wir sind auch von Bronze ausgebrochen und haben mittlerweile Silber erreicht und ich denke, das geht noch weiter nach oben. So, die Spannung steigt, es geht los. Auf jeden Fall haben sie eine Symmetra. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwann da mal durchbrechen. Aber da stellen die sich alle schon ganz gut an. Oh, die sind schon auf dem Punkt. Die sind schon auf dem Punkt. Sie müssen hier irgendwo einen Teleporter aufgestellt haben. Da steht irgendwo ein Teleporter. Jetzt wird's massiv. Die Symmetra wurde auch entzockt. Genauso wie jetzt diese Mercy hier. Den Punkt haben wir einfach mal annektiert hier. Und die sind schon viel zu weit vorne. Ich komm da gar nicht mehr hin. Und irgendwer muss das Auto ja auch noch fahren. So. Ist natürlich doof, wenn es ein Heiler macht. So. Jetzt funktioniert's ein bisschen hier. Wir haben ein paar Leute an der Payload dran. So. 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 jetzt gehen wir wieder schön rein hier. Haben gleich ne Ulti. Jetzt wird's massiv. So. 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 시간ペhen schaun in 5-1-9-8-9-9-10-8-9-10-9-6-10-6-8-9-10-9-10-6-7-9-10-9-10-10-9-10-6-10-9-9. Super Haantrap. Die вм divorce 3 Minuten haben wir noch. Jetzt wird's mit einem Jan-Per-Komme mal Drnehmer, mit einer Und wir rushen wieder zum Team. ein So, es wird massiv und wir zerlegen diese Diva. Und ich würde sagen, wir sind ziemlich gut dabei gerade. Das läuft sehr gut. Wir haben den Punkt Laufen vor, um Platz zu machen. Ja, das war nichts von der Orisa. Wir hauen einfach schon mal so ein bisschen. Ja, gut, das Auto kommt. Da macht sie gerade nicht viel mit, dass sie mich immer so ein bisschen zur Wand hier dran zieht. Wir decken uns jetzt hier ein bisschen. Wir nähern uns unseren Zielen. Müssen. Ah, fast hätten wir es noch geschafft, in Sicherheit zu kommen. Aber ich glaube, es haben welche von unserem Team überlebt. Es sind... Gucken, wer noch am Auto ist. Einer ist auf jeden Fall noch dran. Jetzt nicht. Aber wir haben noch 2 Minuten 20 Zeit, um die Payload ins Ziel zu schieben. Mit dem Bastion-Lager lege ich mich da hinten jetzt erstmal nicht an. So. Wir schauen was. So. also das läuft ganz super aber wir haben jetzt die kombi reinhard bastion mercy ich weiß jetzt nur nicht was der bastion jetzt macht es ja 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 Das war's für heute. 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 Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter. Und ihr werdet und ihr werdet auch informiert, sobald es ein neues Video gibt, sobald es ein neues Video gibt, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal.